G-Techa – innovative Komplettlösungen für das Zerkleinern von Kunststoffen und Partner für die Automatisierer der Kunststoffindustrie. Bei G-Techa entstehen kostengünstige und produktionssichere Zerkleinerungsmaschinen und Automatisierungsanlagen, die weltweit eingesetzt werden. Neueste Fertigungsmaschinen garantieren immer gleichbleibende und höchste Qualität. Seit 1956 entwickelt, plant und produziert das innovative und familiengeführte Unternehmen mit eigenen Maschinen am unternehmenseigenen Standort in Aschaffenburg. Dank der langjährigen Erfahrung und Innovationsfreude entwickelt und garantiert G-Techa ein Maximum an Qualität, Flexibilität und Fertigungstiefe. Eine permanente Modernisierung der Angebotspalette sorgt für stabile Wachstumsraten. Die eigene Elektroplanung und der Schaltschrankbau in eigener Fertigung ergänzen die Flexibilität und Integration in individuelle, kundeneigene Systeme. Auf über 4000 Quadratmetern Fertigungsfläche findet die Lieferanten unabhängige Entwicklung, Konstruktion und Fertigung hoch innovativer Produkte statt. Ein Ziel, das der Firmengründer schon 1956 selbst gesteckt hat. G-Techa als erfahrener Partner an ihrer Seite, sowohl im Bereich der Serienfertigung als auch für ganz individuelle Lösungen, an welchem Ort der Welt auch immer sie benötigt werden. Die Bedürfnisse der Kunden stehen immer an erster Stelle, verbunden mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch an die eigenen Leistungen und Produkte. G-Techa steht immer für eine schnelle und vor allem kompetente Betreuung. Mit der eigenen Konstruktion über ein 3D-Cut-System werden die Projekte perfekt vorbereitet und optimal mit größter Genauigkeit durchgeführt. Permanente Weiterentwicklung der Produkte gehört in den Fokus des innovativen Familienunternehmens in der zweiten Generation. Alle G-Techa-Maschinen und Anlagen sind universell in der Kunststoffproduktion einzusetzen. Die beiden Standbeine der Zerkleinerung und Automation ergänzen sich hierbei hervorragend und werden für die Kunden angepasst und in deren Fertigungsprozesse integriert. Die Ausbildung von eigenen Fachkräften ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. G-Techa – Individualität ist unser Standard.